Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von mir. Nach Python und dem ganzen anderen Gedöns ist jetzt endlich mal euer Webdevelopment dran. Ihr habt gewoltet und das war das zweite nach Hacken. Und da man fürs Hacken auch irgendwann mal Webdevelopment braucht, werde ich euch natürlich das auch nicht vorenthalten. So, also wir fangen an und wollen gleich richtig einsteigen mit HTML. HTML ist sozusagen das Grundgerüst, also einfach das, was quasi dann auf der Webseite angezeigt wird, ohne jeglichen Style und so weiter. Ähm, und damit fangen wir an, das ist das leichteste und wir steigern uns dann immer Schritt für Schritt. Und ja, wir sehen, wir brauchen, oder wir brauchen nicht, aber wir wollen eine neue Web, oder eine neue Umgebung benutzen, nämlich Webmatrix. Und ja, die würde ich euch einfach mal vorläufig zumindest empfehlen. Die unterstützt so ziemlich alles, was wir hier so haben. Also JavaScript wird unterstützt, HTML5 wird unterstützt, PHP, ASP.NET, alles Mögliche. Und ja, wir werden alles nacheinander machen und es wird eine große Serie werden. Es wird auch eine Weile dauern, bis wir hier einigermaßen was haben. Ähm, aber ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf, genauso wie ich. Und wenn ihr genauso Bock drauf habt, dann ladet ihr hier einfach mal Webmatrix runter. Ist kostenlos, braucht man nichts dafür machen oder so. Und dann kommen wir zu dem Installer. Der Installer, ne, wenn er sich aufmacht, hier ist er. Also wenn ihr die Echse ausführt, dann kommt ihr hier vorläufig mal hin. Und dann einfach hier auf Installieren drücken. Ähm, zustimmen logischerweise. Und dann wird hier was runtergeladen. Ich habe es tatsächlich bei mir noch nicht installiert. Ähm, aber wie gesagt, ihr könnt auch mit Notepad oder sowas arbeiten, wenn euch das deutlich lieber ist. Es ist nur ein bisschen, äh, nicht ganz so, ja, übersichtlich, finde ich. Okay, wie man jetzt hier sehen kann, wir haben haufenweise Möglichkeiten, noch irgendwas zu machen. Also hier können wir PHP dazufügen. Alles Mögliche und ja, wir werden das alles nacheinander machen. Es dauert, wie gesagt, seine Zeit. Aber hier sieht man auch wunderbar, also es ist relativ easy, damit irgendwie was zu erstellen. Es ist wirklich genau dafür gedacht. Okay. Starten wir das Ganze also mal. Dann sieht es so aus. Und wir wollen jetzt eine neue Website erstellen. Logischerweise nicht meine Website, sondern, äh, ja. Ähm, ihr könnt auch natürlich meine Websites machen oder öffnen. Wir können hier erstmal einen Vorlagenkatalog oder eine leere Website machen. Ihr könnt es euch aussuchen. Aber ich möchte jetzt mit euch mit einer leeren Website anfangen. Und wir wollen jetzt hier, das ist quasi der Container für diese ganze Seite. Also eine Webseite besteht aus mehreren Dateien. Ähm, und wir werden uns ganz langsam rantasten. Wir wollen jetzt einfach erstmal eine neue HTML-Datei erstellen. Hier sehen wir, was wir alles aussuchen können. Und, ähm, ja. Wir benutzen das hier jetzt als allererstes Mal. Und es wird schon ein bisschen was für uns vorgefertigt. Wenn ihr tatsächlich dann in der Praxis eine richtige Website erstellt habt, dann werden hier ganz viele verschiedene Dateien sein. Und die werden alle in einem Ordner sein. Denn jede einzelne Seite, also jeder Link, quasi, wenn ihr auf, äh, YouTube seid. YouTube.com ist eine Webseite, die extrem viele Unterwebseiten hat sozusagen. Also dann haben wir eine Index.html, wobei es wahrscheinlich nicht mal HTML, sondern PHP ist. Aber dazu später mehr. Ähm, wir haben eine Index.html-Seite. Hier sieht man übrigens die Endung.html. Das ist dann das, was eurem, euch im Browser angezeigt werden kann. Ähm, wir haben dann eine Website für jedes Video, das ihr hochgeladen habt. Wir haben eine Webseite für, ähm, das Hochladen überhaupt mal. Wir haben eine Webseite zum euch anmelden und so weiter und so fort. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dieses YouTube-Projekt riesengroß ist. Also da ist nicht nur eine Seite drin, da sind hunderte drin. Eher tausende wahrscheinlich. Und, ähm, ja. Aber wir wollen logischerweise langsam anfangen und einfach mal hier ein bisschen durchgehen. Okay, ähm, was euch hier schon mal erstellt wurde, ist dieses Doctype. Ähm, das bedeutet einfach, dass ihr jetzt HTML benutzen wollt. Und das ist für den Browser, dass er es erkennt. Hier haben wir Language auf Englisch gesetzt, ähm, können wir auch DE reinschreiben, um Deutsch reinzukriegen. Ist aber im Prinzip egal. Head beschreibt einige Sachen, die man für die Webseite einstellen kann. Da werden wir mehrere Videos dazu noch haben. Und im Body ist dann übrigens, ähm, quasi euer Körper drin. Also das, was ihr dann tatsächlich seht. In diesem Body kann man jetzt verschiedene Sachen reinschreiben, die man dann noch tatsächlich angezeigt bekommt. So, jetzt fällt euch wahrscheinlich auf, dass hier HTML steht und hier unten, wenn ich das markiere. Und deswegen finde ich diese IDE übrigens so toll. Ähm, man bekommt gleich angezeigt, was zusammengehört. Also wir sehen hier HTML und hier unten sehen wir wieder HTML, wird gleich markiert. Genauso, wenn wir hier den Head markieren, sehen wir, dass hier unten, ähm, auch wieder der Head markiert wird. Und genauso beim Body. So, ähm, was wir jetzt hier besonders sehen, ist, dass das hier ein sogenannter Tag ist. Also, das hier ist ein Tag und das hier ist der abschließende Tag. Und abschließend bedeutet, er hat hier immer so ein Slash drin. Und nicht abschließend heißt halt, er hat kein Slash. Und so sind quasi alle Tags in HTML aufgebaut. Also, ähm, alles mögliche hat dieses auf, das hier, da fängt es an und da hört es wieder auf. Und diese Dinger können auch geschachtelt sein, wie wir hier sehen. Also, HTML bis nicht mehr HTML. Okay, aber, ähm, das ist vorweg gegriffen. Im Prinzip wollt ihr jetzt hier gerade mal eure erste Webseite erstellen. Ich labere schon wieder zu viel drum rum, tut mir leid. Und zwar wollen wir jetzt einfach mal, ähm, den Titel setzen. Das hat uns ja, ähm, Webmatrix schon vorbereitet. Hier rein kommt der Titel jetzt. Also genau zwischen dieses Title und Slash-Title, zwischen dieses Aufmachen vom Titel und Zumachen vom Titel, kommt der Titel rein. Also, ähm, Webseitenname. Oder auch einfach meine Webseite. Ihr könnt es euch aussuchen. Wie gesagt, es ist euch überlassen. So, und hier sagen wir jetzt einfach mal, wir wollen eine Überschrift haben. Der Titel einer Webseite, wenn wir nochmal kurz zu dem Webmatrix-Download-Dings gehen, ist das, was euch hier oben angezeigt wird. Okay? Ähm, gut, gehen wir wieder hier rüber. Und ja, jetzt sagen wir hier einfach mal, okay, ähm, was wollen wir hier drin haben? Wir wollen eine Überschrift haben, also machen wir diese spitze Klammer auf. Dann sagen wir hier H1. Und wenn wir Enter drücken, sehen wir, okay, das ist gut. Und wenn wir jetzt die spitze Klammer zu machen, dann wird automatisch vervollständigt, dass es auch wieder zu Ende ist. So, und hier rein kommt jetzt das, was wir als Titel haben wollen. Also als große Überschrift. Überschrift in Riesig. Okay, so, speichern tun wir mit Steuerung S im Übrigen. Und ja, jetzt können wir das ganze Ding schon ausführen. Ähm, wir können mal den Browser einfach starten. Und das ist jetzt mein falscher Browser. Bitte tu den nicht starten. Ich hätte es gern in dem hier. So, jetzt öffnen wir das einfach mal. Ihr seht hier oben, Localhost, bla bla bla. Diese Adresse brauche ich noch nicht zu interessieren. Aber wir sehen hier oben, Webseitenname. Das ist die Überschrift, die wir hier gewählt haben. Und wir sehen, ähm, die Überschrift in Riesig. Das ist die große Überschrift. So, jetzt sieht diese Webseite logischerweise noch furchtbar langweilig und karg aus. Aber es ist eure erste Webseite. Und, ähm, eigentlich hat hier ein Hello World reingehört. Fällt mir gerade so ein. Aber, naja, wie es dem auch sei. Okay, ähm, ich zeige euch logischerweise jetzt in dieser Serie, wie man diese Webseiten hübsch kriegt. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bis dann. Ciao, ciao.